Willkommen zurück bei 12 Minutes, meine Lieben. Ja, wir haben in der letzten Folge sehr viel rausgefunden. Also unsere Frau hat ihren Vater wirklich umgebracht und hat dabei eine Uhr mitgehen lassen. Und diese Uhr ist jetzt das Objekt der Begierde des Polizisten. Nein, aber wirklich weiter sind wir noch nicht gekommen. Deswegen müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen und auf die Tube drücken. Und sehr schnell mit ihr sprechen. Wir können sie inzwischen ja Gott sei Dank sehr, sehr schnell beweisen, dass wir Bescheid wissen. Nein, stopp. Ich kann es prüfen. Genau. Look, ich weiß, wie dein Vater stirbt. Wie er wirklich stirbt. Ich weiß nicht, was du denkst, aber du besser... Es war Christmas Eve. Er hat dich rausgebracht. Er hat dich verletzt. Wie... Wie kann du... Ich kann nicht, richtig? Du hast mir gesagt, in einem vorherigen Loop. Ich... Was? Look, ich bin auf deinem Seite. Auf meine Seite? Oh Gott. Look, I couldn't... I didn't know, how to tell you. Please, talk to me. So then... Das haben wir alle schon... Okay. In den nächsten Minuten wird der Kopp an der Tür sein. Er ist, wie du über meinen Vater herauskommst? Ja. 信 mir, einfach nicht die Tür öffnen. Okay. Ich bin auf den Weg. Ich bin auf der Tür. 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 All das ist, dass wir uns alle gemeinsam haben. Das ist es. Ja. Würde das nicht gut? Aber du wirst nicht vergessen. Nämlich von uns will. Dinge wie das... ...ein nicht vergeben werden. Hmm. Will you just say something? Anything? So, then... You've been lying to me all this time? I-I'm... Yeah. What else could I do? If you found out who I really was? I just didn't wanna... Lose you, that's all. But here we are. God damn it. Hey. God fucking damn it. Why did you do it? I... Okay, man kann ja spulen. So, jetzt geht sie. I fucking knew it. Jetzt ist die Frage, ob wir auch gehen können. Oh, gleich sitzen wir wieder da am Anfang der... Ja. Oh, fuck me. Are you serious? Äh. Lass mal versuchen, uns die Polizei zu... untraktieren. Oh, fuck! Fucking light switch. Emergency services? Wir wollen Sie ja nicht verraten. Nja ha 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 15 minu- we can't wait 15 minutes Sir, officers will be there as soon as possible. Get to a safe place Zerschreckt man sie erst mal zu Rude? Schauen wir mal, ob man mit ihr We can't, it's complicated Hey, if you want a little alone time Ich bin in einem Zeitraum, und das ist wie ich weiß, was die Polizei. Uh-huh. Look, ich weiß, wie dein Vater stirbt. Wie er wirklich stirbt. Ich weiß, was du... Es war Weihnachtsmus. Er hat dich. How? Ich kann... Ich... What? Look, ich bin auf deinem Seite. Auf mein Seite? Oh Gott. Look, ich kann... Ich kann... Ich kann... Please, talk to me. So then... Trust me, just don't open the door. Okay. Ich komm irgendwie nicht weiter. Okay. I understand. Was hab ich denn jetzt noch für Möglichkeit? If you wanna talk? So do I. I wanted to tell you... I... I just... I'm sorry. I know it doesn't matter, but I am. Will you just say something? Anything? So then... Why'd you do it? I... I never met her. I should never have told you. Oh Gott. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt hier gerade versuch, aber... Hey, excuse me, ma'am. Sorry. Will you follow me to your apartment, please? I'm with the police. Wait. No. Make a noise. And I'll break your arm. Back inside. Now. Das wird mir nichts bringen. Das wird mir nichts bringen. Will you come help me? Well, who come help you? My friend. So. Someone is here. I don't know. This is a mess. Hello. Police. Come on out. So, jetzt wartet mal. Wir ziehen jetzt quasi die Uhr auf den Polizisten. Now you. Hands behind your back, please. Look, I... I don't... Nein, okay. Das hat jetzt nichts gebracht. Wie können wir die Uhr an uns bringen? You're under arrest for your father's murder eight years ago. No. Hey, listen. Please, wait, 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 wait. This is more complicated than anything. What is it that we're being used on? Exactly. Quiet. I'll deal with you in a minute. Please, just go. No. Please, no. This can't be real. This can't be. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's one? I don't want to do this. Please, please, just go. I won't tell anyone. Ja, okay. Ja, ha, ha. Fuck you. Oh. Das bringt also auch nichts, wenn wir die Bullen rufen. Weil die zu langsam sind. Es sei denn, wir schauen uns jetzt die ganze Schose nochmal an. Und warten. Die können schon mal so versuchten. Ich bin, uh, calling to report a murder. Meine Frau, acht Jahre alt, hat sie verletzt ihr Vater. Ich... ich weiß nicht, ob ich sie reale kennen. Ist sie mit dir jetzt? Ja, ja, sie ist hier. Sir, gehen Sie zu einem safe place. Wir senden eine Unit direkt weg. Sie werden dort in 15 Minuten. 15 Minuten? Das wird mir nicht gut tun. Sir? Bitte, können Sie hier noch schneller? Sie werden dort dort so schnell wie möglich. Dann schauen wir mal. Vielleicht beide Einheiten aufeinandertreffen. Ich bin mit dem Polis. Turn around, please. What? Me? Ja, Sie. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können sie mit dem Lichtschalter nochmal umbringen, in die Uhr holen und uns dann verstecken und gucken, was passiert. Anyone else? It's a mistake. Come on out. Gemein, aber, äh, dings. Anyone else here? Husband, boyfriend, girlfriend. My husband. He's at work. He'll be here any second. Alright. Just that's there. Eight years ago, your father, a gun, ring any bells? I... Why are you asking? Father? Come on, skip this part. Please. I swear. Ow! You're gonna give me his watch. Only question is how much you make me hurt you before you do. I... I don't know about anyone. Keep lying. See how creative I can get. Help! Help! Be honest with yourself. You knew this would happen. There's no cavalry coming. Nobody's gonna save you. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. It's... 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 In the vent in the bathroom. Under the menace cabinet. Good girl. It's there. And I gave you what you wanted. And I won't tell anyone. I... Where? Is... Find it? I did. Okay. Now... Let me go... What are you... Easy now. Deep breath in. No. No! 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 What's passiert, wenn wir hier drin bleiben? Ich weiß, das ist nicht so sonderlich spannend, aber... Irgendwas muss doch passieren. Nächste Runde versuchen wir das andere. Aber dann wird er alles durchsuchen und uns finden. Vielleicht können wir die Wohnung mit der Uhr verlassen. Oder wir brauchen die Hausschlüssel zum Wohnung verlassen. Wir probieren das mal. Nein. Und wir sind zurück. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt mal erstmal den Lichtschalter an und aus. Irgendwie gemein, dass ich sie jetzt absichtlich umbringen werde. Hm. Hallöchen! So. Ich bin in Mut. Sofort. Ich weiß ja jetzt schon viel. Ich habe irgendwer nicht mehr freigeschaltet, ne? Äh... Sehr guter Zeitpunkt für die Säden. Great. Just give me one second. Ich bin in Mut. Ist das so ein bisschen kaltblüte? Ich weiß nicht. So, wir haben die Uhr. So, nun verstecken wir uns im Warten. Rausgehen können wir ja nicht. Was könnten wir denn in der Zeit noch tun? Okay. Das geht schon mal nicht. Kann man sich die Uhr näher anschauen. Okay. Opsala. My father-in-law's old pocket watch. Nee. My father-in-law's old pocket watch. Na, dann warten wir mal. Könnten noch Dessert essen. Mmh. Ja, nö. Hilft uns aber auch nix, weil wir können die Wohnung nicht verlassen und... Come on, I know you're home. Open the door. Ähm. Der Time-Loop geht von ganz alleine los. Anyone home? Hello? Police? Come on out. What the? What the? Ma'am. Wer nachschaut? Na, wahrscheinlich. Geht wieder? Geht er wieder? Na, komm. Na, toll. Ich kann ihm die Uhr nicht geben. Okay, also das funktioniert auch schon mal nicht. Ah. Aber ich weiß ja nicht, wo die Uhr ist. Zerschießt er mich wahrscheinlich. There we are. Thank you for understanding why it needs to be this way. Oh, fuck you. Puh, ihr Lieben. Da muss ich jetzt erst mal... Was kann ich noch tun? Hm. So, die Affäre ihres Vaters ansprechen, nach ihrem Kindermädchen fragen, ihr sagen, dass du weißt, was sie im Lust... Okay. Um... Ah, okay. So geht sie sehr schnell. Gut. Dann müsste sie ja eigentlich lang weg sein, bevor der Polizist auftritt. Ah, toll. So. Stopp, 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 stopp. Du hast aufgewicht. Inner posts vom Roten. Guy. Entschuldigung. thin Alright. So, vielleicht? Okay, das funktioniert auch nicht gut. Zeit wieder anhalten. Dann schauen wir mal, wie wir es eventuell gelöst bekommen in der nächsten Folge 12 Minutes. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020